Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel, das ist du wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir eine Runde Gun Battle, glaube ich heißt das Ganze und ja, wir gucken mal wie weit wir kommen, ich bin wieder mit den Windows 10 Edition unterwegs, denn die macht mir momentan mehr Spaß und auf YouTube sollte man immer das machen, was einem am meisten Spaß macht, deswegen machen wir das jetzt einfach mal damit und ja, ich würde einfach sagen und nochmal ganz kleine Nebeninfo für die Leute, die absolute PE-Penisfanatiker sind, genau, PE-Fanatiker sind, ich werde auch PE weiterhin bringen, nur abends möchte ich gerne das hier bringen, weil mir das einfach mehr Spaß macht teilweise, weil ich bin kein PC-Minecraft-Spieler, aber ein Windows 10-Minecraft-Spieler. Eins, wir müssen irgendwie rausrennen, wir dürfen uns einfach nicht treffen lassen, das ist sichthaft, und wir haben jetzt schon nur noch drei Leben, wo haben wir denn die ganzen Leben abgezogen? Ernsthaft? So richtig ernsthaft? Okay, nochmal Neustart, jetzt se losse, vielleicht hatte ich noch vom letzten Mal so wenig Leben, könnte ja sein, dass man irgendwie weniger Leben von Anfang an hat oder Leben übernimmt, oder das Spiel ist ja auch noch nicht ganz bugfrau, auf jeden Fall haben wir schon den ersten Killer erreicht, und wir müssen hier mit jedem Kill kriegen wir eine neue Waffe, beziehungsweise mit jedem, es gibt so ein bisschen verschiedene Ränge Kills, sagen wir mal so, und je nachdem wie viel man killt, bekommt man ein besseres Equip, neue Waffen, wir haben jetzt schon ein neues Schwert, und das ist eine echt kritische Phase hier, wir haben es aber nicht getroffen, das ist gut, den können wir uns von hinten holen, Zack, den holen wir uns auch noch, das läuft echt gut, für uns, allerdings werden wir hier gerade hart attackiert, werden wir das schaffen, wir werden natürlich auch gut angegriffen, weil die alle wissen, wer ich bin, das ist ganz klar, what the fuck, den hab ich jetzt nicht erwartet, und wir müssten irgendwie mal überleben, und wir haben schon zweieinhalb Herzen verloren, das ist echt hart, weil man hier nicht ranken kann, den haben wir auf jeden Fall auch noch bekommen, glaube ich, wir haben schon neun Kills, und hier sind auch viele andere mit Windows 10 Edition, also mittlerweile ist es gar nicht mehr so besonders, mit Windows 10 Edition zu spielen, vor allem, weil hier durch viele Bugs auch noch relativ wenige Chancen sind, gerade was Windows 10 betrifft, finde ich, es gibt viele Bugs, aber hier ist mal ein unsichtbarer Spieler, glaube ich, wir werden den mal hinterherrennen, werden die erstmal hitten, oh mein Gott, der wird uns töten, der wird uns töten, ich wusste es, ganz getötet, ist ein bisschen blöd, aber ist halt leider so, der Typ hat mich fast weggehittet, was geht bei dem falsch, ach du scheiße, so, wir gehen nochmal wieder los, warum reicht meine CPU davon gerade so ab, egal, ähm, wir ragen hier auf jeden Fall mal wieder mit dem Rage Mode ab, ne, wieso Rage Mode hier, so, und dann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das werden wir nicht überleben, das werden wir auf keinen Fall, wir haben es überlebt, hier ist tatsächlich jemand, hier ist einfach jemand, wenn ich jetzt jemanden töte, ich schwöre, ich schwöre, wer ist das, oh mein, alter, was läuft bei mir gerade falsch, die erste Runde sind doch so gut, da waren wir jetzt die Fehler, ich glaube aber, hier ist tatsächlich ein Hacker mit in der Runde, ich würde es mir sonst nicht anders erklären, und ihr seht ja hier schon, Runde war ein bisschen falsch ausgedrückt, denn hier gibt es keine Art Runden, sondern hier gibt es so eine Art, wir spawnen und wir kämpfen einfach weiter, System, was ich ziemlich gut finde, denn so haben wir nicht dieses blöde Runden, sondern kann rein und rausgehen, wann man will, und das ist natürlich ziemlich cute, jetzt haben wir natürlich nur noch zwei Herzen, das werden wir auf keinen Fall überleben, die Map ist echt klein, die müssten mal neue Maps rausbringen, ne, ich weiß, oder gibt es noch eine zweite, ich weiß es gar nicht, wir können ja gleich nochmal gucken, auf jeden Fall, denke ich mal, nach der Runde gucken wir da nochmal, und da oben ist ja jemand, das ist Sonic, so, ich glaube auf jeden Fall, wo bleiben denn die ganzen Gegner, die bleiben voll auf, aus, da sind zwei, und guck mal hier, hier war doch gerade jemand, das habe ich doch gesehen, seht ihr hier, seht ihr das, der ist noch jemand unsichtbares, oder kommt mir, ist das blöd, tatsächlich, ich habe hier unten gekillt, ich habe tatsächlich jemanden gekillt, lol, alle, alle, und da ist noch Brüdie, alles klar, Luzariks Bruder, Luzariks Bruder, im und unter, unter nicht unsichtbaren Modus, au, alter, als ob, als ob, als ob, als ob, von wem wurde ich denn jetzt gekillt, da war doch keiner, alles klar, Alter, wenn ich jetzt einen Hit abkomme, hier ist kein Mensch, ich sehe jetzt selbst, doch einer, einen Hund, und auch jetzt, der hat uns auch schon mal angehört, oh mein Gott, das gibt's ein hartes Battle, alter, das ist Apple Ninja, der echte Fragezeichen, ich kenne den Typ nicht mal, alles klar, und da ist noch, oh mein Gott, 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 wo hat der mich denn jetzt geboost, als würde der es so buggen, der Spielmodi, Ich hasse es, Alter, hier ist ein 50%, da habe ich das Gefühl, an die unsichtbarkeitshexe, oder kommt mir das nur so blöd vor, oder zählen hier irgendwie Hits aus der Vergangenheit, oder wo kommen die Hits denn her, Ich würde ja gerne wissen, von wem ich hier gehittet werden sollte, angeblich, und den Padoria zocken, oh mein Gott, zwei, alter, ich krieg es nicht mehr, nein, was soll der untermenschliche Scheiß, als ob die mich jetzt, Ortleid-Hack, als ob ich hecke, als ob ich hecke, genau, deswegen renne ich auch hier rum, als ob ich hacken würde in einem Video, Alter, so manchmal, Verstand 2.0, mich einsetzen, ne, bloß nicht, Nein, spielt mit Windows 10, ja, endlich hat es mal einer gecheckt, Halt die Fresse, mein Vogel, ich habe einen Vogel, sogar zwei, Lorn, one hit, Ich weiß gar nicht, wie sich mein Vogel gerade, alles klar, alles klar, Mhm, beschwer dich, schönen Wintergrund, alles klar, ich höre mal ein Video, haha, Oh mein Gott, so, wir rennen mal hier nach, der will aber auch nicht heute aufhören, ne, Oh mein Gott, richtig hart durchgerannt, richtig hart durchgerannt, Scheet, 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 Alter, Alles klar, Alles klar, Mein Vogel raged gerade einfach ab im Hintergrund, Hier sind uns paar Tippen, Wir sind einfach mal durchgerannt, Am besten ist, wenn wir dauerhaft rennen, ich glaube, dann haben wir die meisten Chancen, weil ich habe so das Gefühl, Ja, Mein Vogel beschäftigt sich gerade anscheinend mit Pfeifen, das ist, Weißt du was, das tut er 90% an der Zeit nicht, Alter, ich spenn jetzt hier rum, wo ist der Typ denn, Alter, mein Vogel regt mich gerade so ab Alter, Hals, Maul Ich glaube, jetzt hat er auf Als ob Ich bin gerade etwas angepisst Ihr habt ein bisschen mitbekommen Wer vielleicht das Ganze hier gesehen hat Der, ähm, ja Kann er vielleicht verstehen Ich habe es ein bisschen auf Aufnahme Und wer die volle Aufnahme haben möchte Der schreibt es bitte unten in die Kommentare Ich behalte ihn noch ein bisschen Bis zum nächsten Mal, bis dahin Ein wunderdeftiges und kräftiges Ciao Bis zum nächsten Mal